Musik Wir haben in der Schule einen Dankesbrief an eine geliebte Person geschrieben. Ich habe es an meinen Trainer geschrieben, weil der mir immer auf Turniere hilft. Der bringt mir immer Glück und er hat mir eigentlich die Freiheit zum Tanzen gebracht. Als ich einen Brief gegeben habe, hat er sich voll gefreut, weil er so ein Brief noch nicht gelesen hat und wir haben dann das Training weitergeführt.